Jo Freunde, was geht? Ich hoffe ihr habt alle ein nice Wochenende und damit herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag regieren wir heute wieder gemeinsam auf den neuen Fortnite-Shop, also lasst uns direkt mal oben draufklicken. Es soll heute nämlich die Fußballskins geben und sie sind auch wirklich drin. Es sind richtig viele und ich werde sie euch jetzt mal alle nacheinander zeigen. Ich glaube es gibt, mal kurz gucken, ich glaube es sind 23 verschiedene Teams. Ich kann sie euch einmal hier im Schnelldurchlauf die ganzen Trikots bzw. die ganzen Outfit-Styles zeigen. Da gibt es die ganzen Vereine hier. Schalke, einmal alle durchgehen. So, Wolfsburg haben wir auch noch dabei. Das sind die, ich glaube 23, sind das 23 Teams? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mal, ok ja es sind 23. Mathe-Genie direkt zugeschlagen. Außerdem gibt es natürlich dann das in sehr vielen verschiedenen Varianten, also mit verschiedenen Charakteren selbst. Die kosten jeweils 1500. Guck mal, es steht auch hier unten rechts, Wähler aus 23 Vereins, den hätte man auch einfach lesen können. Es gibt, mal gucken, wie viele Varianten gibt es davon? Ich glaube es sind 5 weibliche, ok, 5 weibliche. 1, 2, 3, 4 und 5. Ok, und dann gibt es auch noch 5 männliche. 1, der schaut irgendwie ziemlich grimmig, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, das sind erstmal die ganzen neuen Fußball-Skins, die es gibt. Außerdem gibt es noch 2 neue Emotes dazu. Und zwar einmal den Pelé's Luftsprung. Wait, war das gerade mit Absicht oder hing das an meinem Monitor? Ja, ok, anscheinend war das nicht mit Absicht. Ok, das ist also der neue Emote. Kostet auch nur 200 Weibugs. Für mich ist es auch ein cooler Taunt-Emote, also wenn man einen Kill gemacht hat, den kann man auf jeden Fall da gut verwenden. Der gefällt mir. Und da gibt es noch jetzt Edel-Technik für 500 Weibugs, also ein bisschen teurer. Und es ist sogar ein Fortbewegungs-Emote. Oh mein Gott, das ist ein Fortbewegungs-Emote mit Ball. Ok, das ist sehr, sehr geil. Das heißt, man kann mit dem Ball rumlaufen. Das ist wirklich fresh. Das ist wirklich richtig geil. Oh, ich habe keine Weibugs mehr. Das heißt, ich muss mir gleich Weibugs aufladen. In dem Zug würde ich sagen, verschenke ich auch direkt wieder Weibugs an euch. Das heißt also, an alle die Leute, die meinen Credit-Code Snoxy eintragen, die können heute wieder 1000 Weibugs gewinnen, um sich hier irgendwas zu holen. Also wenn ihr die Weibugs hier haben wollt, einfach nur den Credit-Code Snoxy im Frontend-Trip eintragen, davon mit eurem Handy ein Foto machen und mir das Foto für Instagram senden. Da gibt es ein paar Fake. Also passt auf, dass ihr es dem richtigen sendet. Und alle Leute, die mir jetzt dieses Bild vom Credit-Code Snoxy dort senden, nehmen automatisch daran teil und können heute hier die Weibugs gewinnen. So, dann haben wir noch den Baltrix-Emote für 500 Weibugs. Ah, auch eine sehr geile Musik dazu. Mag ich. Dann die rote Karte für 200 Weibugs. Das Lufthorn, auch ein sehr geiler Emote. Und das ist wieder hier am Anfang mit dem Luftsprung. Alles coole Fußball-Emotes, kann ich alle empfehlen. Ich muss mir gleich unbedingt noch Weibugs holen, dass ich mir auch den letzten noch holen kann. Der Shop geht aber noch weiter. Wir haben erstmal den Komplex-Skin noch drin für 1-2 mit diesem Backpack dazu. Als nächstes dann die Rächerin. Zwar ein cooler, cool gestalteter Skin, aber mir irgendwie, ja, vom Style her mir nicht passend. Also den würde ich mir nicht kaufen. Dynamisches Feuer. Irgendwie sehr, sehr lame, um ehrlich zu sein. Hat so einen leichten Farbwechsel. Ihr seht, das geht ganz langsam und wenn man schießt, dann wechselt es schnell die Farbe. Aber es sieht auch hier mit dem Muster und so so kacke aus. Habe ich mir das gekauft? Ich habe mir die gekauft. Warum habe ich mir die gekauft? Oh mein Gott. Dann haben wir noch Elektro-Swing. Auch ein cooler Dance. Gefällt mir. Dann Träumerfüße. Heute sind sehr, sehr viele Emotes im Shop. Ebenfalls 500 Weibugs. Und dann noch, setz dich doch, für 200 Weibugs auch ein preiswerterer Emotes. So, die Pakete sind noch alle da. Okay, sie sind wirklich noch da. Ja, lol. Okay, dann wird es wahrscheinlich noch einen Tag bleiben. Ich überlege auch, ob ich mir den Joker hier noch holen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das wirklich lohnt. Aber heute auf jeden Fall Highlight. Die Fußball-Skins. Die gefallen mir wirklich gut. Wie gesagt, falls du ein paar Weibugs braucht, einfach Credit Codes Noxie eintragen. Mir davon ein Foto senden. Und dann, ja, würde ich sagen, war es das zum heutigen Frontend-Shop. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns nachher wieder auf Twitch. Beziehungsweise morgen dann zum nächsten Shop-Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht euch einen angenehmen Sonntag. Und bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.